Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhard von Profischnab.de und ich zeige Ihnen heute eine kleine Kombination von Tommy M. namens Watson in einem neuen Dickleder Bordeaux Farben. Was ist zu dieser Garnitur zu sagen? Nun, vom ersten Eindruck ist sie sehr solide. Ich finde, ja, sehr robust auch das Leder. Etwas fester im Griff, aber sehr robust. Also sicher auch geeignet für Männer und Kinder. Es ist ein Semi-Anilin-Dickleder, 1,8 mm stark in dieser Farbe Bordeaux. Kompakte Außenmaße, rund 2,60 m brauchen sie Platz. In der Breite, glaube ich, Moment, ich schaue nochmal nach. Nein, nur 2,14 m brauchen sie Platz in der Breite. 1,60 m lang ist dieses Longchair. Zum Longchair, sie haben gut Platz für zwei Personen. Und das Longchair ist genauso breit wie das Anbausofa. Rundum bezogen, auch hinten. Die kissenlose, Tommy M. macht das immer sehr gut mit diesen Einsteckkissen. Die Garnitur wirkt sehr leicht. Sie hat hier hohe Füße, also dadurch auch für kleine Räume geeignet. Nachteil, wenn Sie die Gruppe neu kaufen, hoher Preis um die 4.000 Euro, 3,5 bis 4.000 Euro. Nachteil 2, das Leder gibt es noch gar nicht. Und Nachteil 3, sie ist nicht so groß, aber genau für kleinere Räume ist sie gemacht. Watson von Tommy M. klicken Sie Advertising. Jetzt bei profischnapp.de in dieser Farbe als einmaliges Schnäppchen, weil das ein neues Leder ist, das getestet wurde, zum Schnäppchenpreis. Profischnapp.de online, oben rechts Watson eingeben oder nach Impfingen kommen. 50 Kilometer südlich von Stuttgart. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dankeschön und Tschüss. Sie sehen uns Reinhardt von profischnapp.de.